Vom 8. bis 10. Juni findet der Oldtimer-Markt in Bockhorn statt. Von Oldtimer-Liebhabern und Oldtimer-Besitzern sehnlichst erwartet. Hans-Werner Neumann aus Schortens fährt mit seinem schwarzen Tiger zum Markt des Nordens. Der Tiger ist ein vor 60 Jahren gebauter Messerschmitt-Kabinenroller, ein zweisitziger und typischer Kleinwagen der 50er Jahre. Neumann hat seinen Tiger lange restauriert und repariert, bevor er wieder eine Straßenzulassung erhielt. Jetzt glänzt der schwarze Kleinwagen. Der Tiger hat übrigens vier Räder und nicht drei, wie der zuvor gebaute Kabinenroller aus dem Hause Messerschmitt. Das Einsteigen in die beengte Fahrerkabine geschieht nach Gebrauchsanleitung. Linker Fuß, dann Sitz zurückheben, einsteigen, hinsetzen und Sitz wieder nach vorne rücken. Neumann besitzt zwei der Klassiker, die bei vielen am Straßenrand wehmütige Erinnerungen auslösen. In Bockhorn hat der Messerschmitt-Club übrigens einen eigenen Stand. Dort warten noch viele der nostalgischen Kostbarkeiten.